Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu den Bergbohrnachrichten auf RohstoffTV. Heute mit GZM Mining, Golden Rim Resources und Aurandia Resources. GZM Mining gab es ja eben etliche hochgradige Bohrergebnisse aus den 2022er Bohrprogrammen bekannt, die in der Mine und im Brownfield von Segovia ausgeführt wurden. Diese brachten eine Fortsetzung bedeutender hochgradiger Abschnitte in den produzierenden Minen Santra K und El Silencio und die Brownfield Bohrkampagne auf dem La Guarita Cristales Aller System ist weiterhin erfolgreich und wies zum Beispiel über 48 Gramm Gold pro Tonne mit 34 Gramm Silber auf einem halben Meter Länge aus. Das jüngste Diamantbohrprogramm umfasste 32 Löcher mit rund 8.300 Meter Länge in der Mine und in der Nähe der Mine sowie aus weiteren 28 Diamantbohrlöchern mit insgesamt 7.735 Metern aus dem Brownfield Bohrprogramm 2022. Hinzu kommen auch die Untersuchungsergebnisse eines zusätzlichen Startdiamantbohrlochs mit einer Gesamtlinke von 748 Metern aus dem laufenden Richtungsbohrprogramm in der Zone El Silencio Deep. Die Bohrergebnisse fielen sehr gut aus. So zeigte in der Mine Santra K sich ein Abstand mit 146 Gramm Gold, 712 Gramm Silber auf 0,3 Metern auf der Teco-Ader in Santra K. In El Silencio fand man 271 Gramm Gold und 143 Gramm Silber auf 0,9 Meter in der Ader 450 und 78 Gramm Gold und 20 Gramm Silber auf 1,3 Meter in der Ader National. Das sind sehr gute Ergebnisse und bestätigen die fortlaufende Hochgradigkeit der Segovia Mine. Im Brownfield fand man auf Marmarito 23,5 Gramm Gold und 22 Gramm Silber pro Tonne auf 0,6 Metern und etliche weitere Top-Ergebnisse. Serafino Iagono, Executive Chairman von CCM, sagte, unsere Bohrprogramme für 2022 liefern uns weiterhin hervorragende Ergebnisse, vor allem aufgrund einer 14-prozentigen Steigerung unserer gemessenen und angezeigten Ressourcen und einer 41-prozentigen Steigerung unserer abgeleiteten Ressourcen. Die heutige Bekanntgabe unserer neuesten Explorationsergebnisse unterstreicht weiterhin das Potenzial, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Produktion in unseren Minen Santra Khan El Silencio durch bekannte Explorationsziele in der Mine und in der Nähe der Mine zu steigern. Zusätzliche hochgradige Ergebnisse aus den Adern Marmarito und Cristales bilden die Grundlage für unsere laufende Brownfield-Burg-Kampagne, die sich auf die anderen 24 bekannten Adern konzentriert, die wir derzeit nicht abbauen. Die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in Geologie und Exploration liefern weiterhin hochwertige Unzen, die als Grundlage für zukünftige Produktions- und Wachstumsinitiativen dienen. Wir freuen uns darauf, diese und eine Reihe anderer vielversprechender Explorationsprojekte in den kommenden Monaten voranzutreiben, so Seraphina. Das Unternehmen zahlt eine monatliche Dividende und rentiert mit rund 4,5 Prozent pro Jahr. Macht Spaß! Das westafrikanische Gold-Explorationsunternehmen Golden Rim Resources konnte ein verbindliches Abkommen für den Verkauf ihrer Goldprojekte Curie und Babonga in Burkina Faso in Westafrika unterzeichnen. Insgesamt erhält das Unternehmen 15,5 Millionen US-Dollar in bar in vier gestaffelten Zahlungen über zwölf Monate, wobei die erste Zahlung über 600.000 US-Dollar innerhalb von 15 Werktagen fällig ist. Die zweite Zahlung mit 5,4 Millionen US-Dollar ist innerhalb von 30 Tagen fällig. Der Erwerber ist ein privates burkinisches Bergbauunternehmen, genannt Bawar Sal. Per 27. Juni verfügte Golden Rim über eine Marktkapitalisierung von ca. 15 Millionen australischen Dollar und erhält nun über 15 Millionen US-Dollar in Cash. Und das per 33. März 2022 ohnehin schon vorhandenen Barreserven von 4,25 Millionen australischen Dollar. Wow! Man bekommt alle weiteren Projekte quasi geschenkt dazu, denn der Cash deckt die Marktbewertung komplett ab. Golden Rim wird die Einnahmen aus der Transaktionssatz zu verwenden, um sein 930.000 Unzen Gold umfassendes Goldprojekt KADA in Guinea weiterzuentwickeln und man wartet schon gespannt auf die neuesten Bohrgebnisse und geophysikalischen Untersuchungen aus KADA und um weitere Bohrungen planen zu können. Orangia Resources konzentriert seine Vorkommen in Peru, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So wurde nun der Prozess der Erneuerung bestimmter jährlicher Mineral-Konzessionsanträge in Peru abgeschlossen. Die ausgewählten Konzessionen gehören zu den Blöcken mit höherem geologischem Potenzial, bei denen das Antragsverfahren bereits abgeschlossen und die meisten Konzessionen erteilt wurden. Für diese Konzessionen sind in den kommenden Monaten kleinere Feldarbeiten als Vorläufer für die Erstellung des ersten technischen Berichts zur Unterstützung, weiterer Arbeiten und oder einer möglichen Unternehmenstransaktion vorgesehen. Insgesamt wurden 130 Konzessionen mit einer Fläche von 128.700 Hektar erneuert. 30 dieser Konzessionen musste im Jahr 2022 nicht bezahlt werden. Die Gesamtkosten für die anderen 100 Konzessionen betrugen 296.000 US-Dollar. Das Unternehmen verzichtete auf die Erneuerung von insgesamt 145 Konzessionen, von denen sich die meisten noch im peruanischen Antragsverfahren befinden und konzentrierte seine Ressourcen auf jene Konzession mit einer eindeutigen Bestätigung der Eigentumsverhältnisse, die vorangetrieben und aber und oder abgewickelt werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass viele dieser Konzessionen weiterhin aussichtsreich sind, entschied das Management, dass die zusätzlichen jährlichen Kosten und die anhaltende Ungewissheit, wann die verbleibenden Konzessionen erteilt werden, für ein nicht zu den Kernaktivitäten zählendes Asset nicht angemessen sind. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der peruanischen Konzession gewährt Dr. Keith Barron dem Unternehmen ein Darlehen von einer Million kanadischen Dollar. Das Darlehen ist ungesichert, wird mit 2% pro Jahr verzinst und ist mit einer Frist von 12 Monaten und einem Tag seitens des Darlehensgebers fällig. Bis zu 300.000 US-Dollar des Darlehens werden für die jährlichen Konzessionszahlungen in Peru verwendet. Der Restbetrag dient zur Finanzierung des Betriebskapitals und der laufenden Explorationsaktivitäten. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Stemmer. Die besprochenen Aktien sind oder können Teil des SAC Mining Special Situations Zertifikats sein oder werden. Auch bin ich Aktionär der genannten Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.